Und dann dachte ich mir so, Bruder, das ist halt egal, wie ich es ist und dann... Oha, 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 bruder, oha, sü, hab dir meine Karte. Pass auf, Leute, in diesen Dingen, wo ich gestorben ist, jemand wahrscheinlich. Weil der hat mich, äh, ich hab so eine Scheiß-Waffe gehabt, diese, wo man, wo man schießen muss und es wird automatisch geschossen und es hasse ich. Aufladen, ja, diese... Ja, ich hasse es. Ich hasse, ich bekomme so die Krise. Aber die ist richtig okay. Ich, ich sag's, Bruder, ich sag's nicht. Ja, ich meine, wenn man in die aufgelandert ist die sehr gut. Voila, Krise. Voila. Wo Hallam? Und mir ist einer und der ist Cracked. Ja, warte kurz, ich gucke mal. Hä? Warum hat der wieder Schild? Wo, wo, wo ist der? Der ist, der ist, der hat, der war Cracked und dann hat der wieder Schild gehabt. Okay. Und danke für den, äh, Seel, den fetten Spaß hast du. Ich nehm den Heelie mit. Oha, oha, oha. Totes. Okay, bis zu viel bin ich nicht zufrieden. Alles wegen der Scheiß-Waffe. Ich nehm den Heelie mit. Warte kurz. Gegner, Gegner. Wo? Los, Gegner. Ich brauche Kills, der ist wieder Cracked, der hat Moranshub gemacht. Digga. Mann, ich hab nur einen Kill gesteilt. Womit hab ich das noch nie? Ich hab keine. Schade. Schade Marmelade. Ich hab doch keine. Oha, da ist noch ein Gegner. Marmelade. Ich hab... Killed. Zwei Gegner, drei Gegner. Digga, wo? Nein, rein in die Orga. Rein in die Orga. Ich hab sogar einen noch. Das ist ein Dings-Albaner. Näh. Bus意 meine albaner, lululululululul. Warte. Es tut nicht. Bus se mine albaner. Ich mach rein, ich mach rein. Ich mach rein, ich mach rein. Passt. Ich hab den Passomen. Ey, Murmos! Ey, Digga! Hab ihn. Bus, Luk?! Ich bin nicht der einzige, soll er fผielen. oder finde ich auch, dass man dieses Ziel irgendwie richtig schnell levelt. Hier im Mad Kid. Ich schwöre, der Spider-Man-Skin ist voll gold. Luki! Ich glaube, er hat Disconnect. Ich glaube, er hat Disconnect. Hey Lucky, woher hast du den Skin? Das bekommt man, also das bekommt man halt so, du gehst zum Beispiel in einen Laden und das sind so Hefte. Und dann, ja, es gibt auch einen alten Shop, aber du kannst es auch in so einen Laden holen. Ach, so einen Vorteil, so einen Vorteil. Und dann, dann gehst du ganz nach hinten, so ganz nach hinten und dann zieht da so einen QR-Code. Und dann kannst du es einfach aktivieren. Es gibt, es kann man nie wieder bekommen halt, bis du halt einen neuen Comic holst, wenn du einen Comic holst. Ich habe es einmal in Dingo holt, und wollte ihn eigentlich in Serbien einholen, weil ich ihn nach Deutschland zurückkam. Aber es hat, weiß nicht wie viel gekostet. Ich hatte echt keinen Bock jetzt mitzunehmen. und wenn ich dann komme, brauche ich halt, dann habe ich dann keine Lust zu machen. Ich bin ein Comic. Lass doch los, wohin? Ich habe es mit den Räumen. Ich habe gekauft. Er sagt jetzt, nein, ich habe es mit den Räumen. Ich habe es mit den Räumen. Guck jetzt. Es kommt ein Anime-Film raus. Von Jujutsu Kaisen. Was ich gerade lese. Ein Manga. Und es soll auch ein Film kommen. Und ich bin halt aufgeregt, wenn es kommt. Ja, ich bin in den neuen Dragon-Wall-Film rein. Den Rest habe ich schon fertig geguckt. Was hast du nicht fertig geguckt? Ich bin in den neuen Dragon-Wall-Film rein. Den Rest habe ich schon fertig geguckt. Echt? Ich muss es noch angucken. Vielleicht hole ich mir Country-Roll. Lama. Ich dachte, wenn ich Country-Roll habe. Ich will das Kamehameha. Ah. Du kannst in Bunny World einfach gucken. Wo kann man andere Kamehameha so? Da nebenan. Du brauchst ja kein Crunchy-Roll, ne? Ne, ich hab so nicht. Also ich hole es mir. Ach so. Ja, aber du brauchst eigentlich nicht. Du gehst einfach auf Bunny World. Komm oder so. Keine Ahnung. Ist das eine Elegane App? Ich glaube schon. Keine Ahnung. Aber du sagst dir. Dann kommst du auf solche Hinterseiten. Wenn du zum Beispiel Pause oder sowas drückst. Ich hab Any World angeguckt. Und meine Cousine hat zu mir gesagt. Ist halt illegal. Und ich dachte mir so. Bruder. Wenn es jetzt wirklich illegal wäre. Hätte ich echt. Keine Lust. Jetzt extra. Also wenn man illegal hätte. Hätte ich dann so eine Anzeige. Meine Cousine hat mir so einen Browser geschickt. Das soll. Es ist so ein Browser. Das es jetzt nicht. Kommt oder? Man hat einfach einen Ignotic Modus gehen. Und dann versucht er nicht. Aber ich bin das normal. Und dann? Näm. Haaaaaah. Äh. Luki? Ich hab. Ich hab den Schwein geschlagen. Sinn nicht benützen Alter. Jetzt hast du keine mehr. Und dann? Ich hab mein Kame gegeben und er rinnt anders als Kame. Game. Du hast Kame geschrieben. Kame, was meint er? Er meinte Kamehameha. Ach so! Er wurde es gegeben und du bist irgendwo anders hin geworden. Ach so, okay. Not Problem. Ach kommst du weg? Jetzt kommt schon wieder neue Kamehamehas. Ich freu mich auf mein neues Kamehamehas. Das sind Bots, das sind Bots. Ach so. Das sind Bots. Oh, drei Küsten. Ganz schnell wir endlich gespielt. Ach Dicke, das ist ganz weit hinten. Das ist über die Zone. In der Mitte der Zone fast. Fast in der Mitte der Zone. Es ist halt... Es ist weit weg. Hier kommt einer. Kommt einer hier. Hier ist unbelootet tatsächlich. Hier. Ich geh doch. Ist bei euch ein Gegner? Ne. Ja, ich hol schnell mein Kamehameha. Und dann komm ich. Dann hol ich für euch auch Kamehameha. Oh mein Gott, warte. Das ist nicht gut. Not gut. Not gut. Not gut. Nicht gut. Oh nein. Oh mein Gott. Oh das ist ein Knife. Oh nein, ich nehm die Haves. Oh. Vielleicht wird geschossen irgendwo. Oh ja, alles gut Jungs. Oh nein. Ich kann einfach weitergehen. Ich hole den. Keine Ahnung. Ich hab ein Gegner. Ich hab ihn wiederholt. Gegner. Oha. oh mein gott kommt doch im nächsten gegner nein muss beim nächsten zwei wo ist links der rennt vor uns ich danke wir helfen ja warum willst du auch alleine dahin ich wollte es holen 21 blut minus 40 das wasser überall gegner Ich bin ja überall gegen ihn! Robus, geh weg, geh weg, geh weg! Äh... Oh, ne, ich bin nicht in den Fettkreis. Fankt von da oben, da oben. Ja. Das ist gut. Es geht mir ein bisschen, um nicht zu sterben. Aber ohne Baum geht es schon schwer. Ist das ein Kosmos, was du hast? Ja, place ich mir. Ich kann nicht Bomben, das merkt mich. Sorry. Wollen wir gleich ready machen? Ja, alles gut. Können wir gehen. Eigentlich, ist mir egal. Es ist meine Schuld. Ich hab auch, sie sind nicht eingeladen. Es ist so... Wir kommen erst im nächsten... Das wäre geil, wenn ein Demon Slayer rauskommt im Fortnite. Boah, Digga. Ich bin der beste, männer! Der beste! Der beste Proto! Der beste Jalan! Ich hab's jetzt hier mal knacken! Krass, krass, puta! Ich habe keine Lust, früh zum Lächeln aufzustehen. Ich habe keine Lust, Montag bis 6 Uhr früh aufzustehen. Bis 15 Uhr. Ich bin schon rausgesprungen. Wo bist du? Ja, da ist ein Gegner oder so. Das ist so richtig, ach so ein Klauter, ich dachte, was ist das hier richtig schön. Ey, Morbus. Bei mir kommt die ganze Zeit Werbung. Fünfmal. Eins von fünf. Yes. Wuhu. Ja, aber warum eins von fünf? Ich check's nicht. Werbung. Eins von fünf. Ja, das hat Lucky auch gesagt, aber ich check nicht warum. Ich muss mal gucken, wie das eingestellt ist. Jetzt kommt das nächste. Ich hab gar keine Werbung. Nur noch neun Sekunden. Wenn ich die zuguck auch nicht, wenn ich reingehe. Weird. Es ist manchmal so, dass wir Werbung halt machen. Es ist wie YouTube. Ich hab eigentlich bei niemandem eine Werbung. Der kann ja nicht Adblocker anhaben. Keine Lust. Mach doch einfach Adblocker an. Vertraut. Ja, aber das Problem ist halt, das muss halt weg sein. Man kann es nicht deaktivieren. Ich weiß nicht, ob man es deaktivieren kann, ist die Frage. Oh, da ist einer. Ich verfreu, ob es diese Scheiße gibt. Ich weiß nicht, ob er jetzt mal was macht. Oh ja, die MP ist gut. Die Auflagbarbe. Die macht Hits. Ich weiß nicht, wo. Nee, der ist abgeholt. Ah, so. Äh, Leute, bei mir ist ein Gegner. Einen. Ich weiß nicht, wo der ist. Kann sein, dass der ist, der nicht Runshot gemacht hat. Da hielt sich jemand. Wo? Ich hab... Ich hab... Da hielt sich jemand. Und dann hat's auch gehört. Was war das? Hier ist Chame Chameha. Chame Chameha. Chame Chameha. Das war kein Chame Chameha. Ja, Chame Chameha. Ey, Leute, das ist ein Gegner. Oh, das ist der. Ah, der hat wieder Schild. Digga, sonst mach ich Geld nicht. Spaß. Egal. Ich hab noch drei, vier Packungen Cola, aber das benutze ich halt morgen. Cola. Weil meine Tante kommt... Meine Tante kommt in vierze... Nee, in vierzig Minuten noch. Aber Cola weiß ich nicht. Ich find das nicht so geil. Cola Zero, ja. Aber normal... Coca... 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 Coca Cola Zero ist halt geil. Aber Robo schmeckt am geilsten. Nee, Wasser. Wasser? Wasser ist Gold. Also... Okay, Wasser schmeckt auch geil. Halt irgendwie besser. Was hat dich irgendwie so gefühlt... Das... Also... Gefühlt... Gefühlt trinke ich fast Wasser. Früher hatte ich richtig... Kein Cola getrunken. Nur noch... Sonst nur noch... Ich dachte... Das trinken Cola ist. Und da hab ich nur die ganze Zeit Cola getrunken. Ich hab nur die ganze Zeit Wasser getrunken. Bis ich... Bis ich gelernt habe... Das ist alles zu geil. Dass es kein Cola ist. Das ist alles zu geil. Achso. Ja, ich hab die Falsche verstanden. Ich hab eine. bull... Hu... Einweiter, ich hab Angst... Wenn bei mir mal ein Gegner kommen... Wie reiten die überhaupt? Huh... Ihr geht ja weg mit dem Kapselekorb... Bin ich richtig weg? Bin ich richtig... Bin ich richtig... So... Richtig lange... Ich glaube Lucky ist gerade am feiten. Ja, Digga. Komm, lass sie ihn gehen. Ei, ihr habt euch ja alle verteilt. Ja, ich dachte wir gehen zu Demons... ja du absolut ich gehe mal zu Lucky, damit er nicht alleine ist ich habe 760 Spinner ich war ein bisschen ich bin mir gar nicht aufgefahren dann hole ich mir die Sticker ich shoppe ich die ganze Zeit ich nehme die Sticker lass mal Emotes machen nur im Chat nur Emotes ich habe einen Spinner gesehen sorry aber wie kann man dumm sein er hat den Nude Chat für Follower 10 Minuten gemacht 10 Minuten es bringt halt nichts wenn wir die ganze Zeit nur 10 Minuten machen 10 Minuten warten 10 Minuten ja diese 2 Schuss war von Gold es packt es packt oh Gott bruder dann gehe ich gerne mit hier runter du hast ein bisschen reinkuschelt oh ein lilaner Sniper sorry ich habe eine goldene Sniper wer will ein lilaner Sniper jetzt sind wir wieder verteilt wir haben das Gefühl wo seid ihr wer holt sich einen Kahn bei Korni oder so ja Korni ah der N und 30er bei dir im Haus ist noch einer drauf im lilaner ich habe schon eine hat dich schon mal Stranger Things angeguckt? ne ich hasse diese Serie richtig ich bin ich ey die letzte Staffel Bruder die letzte Staffel war richtig sad ich bin nicht spoilern also sorry wer noch Stranger Things anguckt dann spoilern leider nicht weil es ist schlimm noch schlimmer als die Staffel 5 kommt zur Bett kommen halt und ich guck dann die 5. Staffel die ganze Zeit an und dann ich weiß nicht ob ich noch eine weitere Staffel halt gucke ähm Leute irgendwo da drinnen sind Gegner oder so die uuuuuh oooh die gab es genommen 130er Hit oh wer hat den geschossen ich sehe ja überhaupt nichts hier ist ja alles belebe was ist das für ein Scheiß ich nicht also ich sehe noch ein bisschen und wenn ich jetzt in der Nähe gehe ist das überhaupt ja ich gehe mit dem Auto einsteigen boot boot ok let's go ne nimm andere mit ich hab ja die Wolke hey du kannst nicht oben geh mal hoch geh mal hoch geh mal alle beide hoch warte Luki komm mit Luki komm mit Luki oh sorry Luki bist du drin ja das ist eingesehen okay Leute warte kurz ich müsste noch Reifen holen kann jemand noch ein Reifen holen 10er guck mal ob du noch Reifen holen keine Reifen Lupin ich bin auch mit Rischkot Morbos ist Naruto geworden Aussteigen! Aussteigen! Okay, ich weiß nicht, wir kennen auch wo wir noch wollen. Wo kommen wir? Okay wird geschossen, von da. Das ist mein Navi. Erich hat schon vier Stunden gebunden, ne? Also ich kann nur zwei wieder schocken. Du kannst zwei Stunden drücken. Da drüben! Sehe einer! Digga, wie, Alter? Da oben, da oben, da oben. Oh nein, zwei und drei. Digga, das sind zwei Leute. Ja, guck mal, die sind jetzt kaputt. Digga! Nein! Das ist nicht seine Ehe. Meine Ehe. Meine Taste E, Mann. Ich hasse das. Ich hol schnell Moro's Karte. Ich hab Moro's Karte. Mit der Mara. Ja, wo bist du? Äh, ja, oh okay. Ach, die sind alle rot! Gigi's! Ja, Gigi's! Warte kurz, ich muss schnell meinen Skin ändern. ich muss da jetzt auf ich bin auf dem handy druck ist du auch auf oder was oder warum es jetzt so aus was du kannst du dich was soll ich du sollst nicht aus Keine Ahnung. Ah, Wolverine. Keine Ahnung. Der ist allgeil. Warte kurz. Ich hab einen geilen Spin. Ich find den halt geil. Und ich find den auch cool. Weil der so ein cooler Mensch ist. Ey, Mobus, guck mal. Digga, die Spin machine ist so klasse. Guck mal, was ich kann. Ich bin du. Ich bin Mobus. Hi Leute, ich bin Mobus. Aber nur frisch. Mobus, siehst du es? Dass ich du bin? Okay. Ja, ja, du noch. Mach du. Warte kurz, ich kann zurück. Da bin ich jetzt. Okay, jetzt bin ich normal. Jetzt ne mich wieder. Oh nein, ich bin immer noch dumm. Ich hab den gleichen, aber... Ich hab den gleichen. Ist ja. Ist gut schubbar, aber halt anders. Warte kurz, ich dir zeig's. Mobus, hast du noch in Weiß? Hast du noch in Weiß? In Weiß? Ich hab ihn noch. Warte kurz, ich hab noch einen anderen Skin. Ich hab, ich, ich hab, ich hab voll viele Skin. Ich hab noch sogar den. Digga. Mobus, du wirst nicht wissen, wer der in echt ist. Soll ich dir zeigen? Warte kurz. Fug, eins, zwei, drei, los. Verwandelt mich das mal? Jetzt bin ich ne Frau. Wuhu, hallo. Und wenn ich zurück verwandle? Dann bist du ja auch noch drauf. Ich brauche. Jetzt bin ich wieder mal. Jetzt bin ich ne Frau. Jetzt bin ich wieder mal. Ich bin heute ein bisschen crazy geworden. Ich weiß nicht warum. Aber egal. Ich bin No Skin. Ist ja richtig Fischi. Fischi. Cartoonfisch. Digga, du hast den Skin, der ist voll egal. Warte, ich hab ne Review. Den hab ich nicht. Der ist ultra geil. Sorry. Aber er ist schon geil. Aber geht es nicht. Oh, frag ihr. Fischi. Der Warmte она ta Sind. Da sind wir. Jetzt sind wir. Warte kurz, ich muss den Skin ändern dann! Erspachern Ähm Äh Ich würde sagen, erspachern Äh Farmbomber Wo ist Farmbomber? Nein, nein, nein Nein, nein, nein Äh Welche Farbe, welches Teams und so Okay, das ist gut Ähm Flügel, Flügel, Flügel Flügel, Flügel Flügel, Flügel Flügel passt überhaupt gut Oh, das sieht schön aus Das sieht schön aus Ich hab jeder Außer einem Aufrabe bekommen Segal, meine Mutter sind jetzt noch elf bis jetzt drauf sind Echt, wo für Mutter sind jetzt drauf geworden Alle, die ich noch brauche, die den zu verwenden Sindal Auch Dass W Gott Nein, nein, nein Wir haben Wir haben ärgerlich Besonders M veterans J siete Wirện Äh, langt man da? Hey Bruder, warum habt ihr nicht gesagt, dass ich da? Na, ich weiß. Spaß. Boah, na. Mal gucken, wo's markiert ist, Alter. Sorry, sorry. Tut mir leid. Kleiner Drecklinger. Ich sag... Kleiner Piep. Spaß. Spaß, Morbus. Morbus, guck mal, was ich gleich mache. Jetzt. Jetzt hab ich was gemacht. Spoil. Geil. Warte nur, bis ich meinen eigenen Emotes... Ja, wenn du deinen eigenen Emotes hast, dann spam ich noch mehr. Dann schaff... Dann... Dann... Dann mach ich noch mehr. Dann... ist mir egal. Ich komme. Meine Flüge... Meine Flüge sind zu langsam, sorry. Die sind zu schwer. Die haben... Ähm... 1. 1. 500 Gramm oder so. Dies ist der... Das Skin ist von Season X. Ich find's voll geil, den Skin. Den hab ich früher gezeigt. Morbus, guck mal meine Flügel an. Guck mal, wenn ich dann tanze. Warte kurz. Guck, wie die dann danzen und dann kommt so... Ähm, Ding. Disco. 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 Aha. Disco. Disco. Dann hab ich nur den. Oh! Ja, ich nehm den. Hi, Morbus. Hast du den auch? Ich komme. Warte. Hast du den auch, Luki? Luki, guck mal. Guck mal, wenn ich tanze. Guck mal. Wow, bei dir auch. Geil. Tanz mit. Woo! Morbus. Mach mit. Tanz mit. Mach deine... Deine coole Tanzmode. Aha. Aha. Let's go. Aha. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Äh. Ich fahr mit'n Kleinen. Okay, ich geh' los. Hi. Hi. Komm los. Ich kann nicht runter. Mein... Sonst kriegt mein Auto kaputt. Luki, wir müssen irgendwo runter gehen. Ab und hier. Was? Hä? Was hat Morbus gezeigt? Hä? Ah. Das ist dieses Star Wars-Dinger. Das ist dieses Star Wars-Dinger. Das ist dieses Star Wars-Dinger. Okay, los. Wie lang, wie lang spielst du schon vor? Nein, es ist dieses Star Wars-Dinger. Das ist dieses Star Wars-Dinger. Hast du schon? Jetzt wollte ich mir den Kopfgeld-Mupgeld. Mega. Das ist kein Kopfgeld. Das muss irgendwas sein. Der hat irgendwas hinter dem Drücken. Ich hab' ihn. Ich hab' ihn. Ich hab' ihn. Das ist doch... Wie die Mob. Ich hab' ihn. Ich hab' ihn. Ich hab' ihn. Ich hab' ihn. Warte kurz. Ich nehm' mal mein Schwert. Wo ist mein Schwert? Was ist mein Schwert? So. Wasseratmung. Boah, der Schwert ist geil. Gegner bei mir. Gegner bei mir. Ich komme. Ich komme. Habt ihr? Hallo? Kann jemand einen Check machen? Ich hab' ihn noch mal. Schön. Was soll ich noch mal machen? Leckes. Guck mal, was ich noch habe. Ein Like. Ich... Ich hab' ihn Magie. Wir haben einen... los müssen muss helfen ist so weit weg wo es war auf mich oder auf uns meinte ich habe 800 mit fett nur 60 coins und dann kann ich den skin an alle deine mords ändern ich habe ein streamer der kann dir helfen ein glib aber ich weiß nicht bobos was ich habe ein streamer er macht auch wie du fort und und so er macht auch so dinge diese emote ich kann ihn halt fragen wenn du willst wie er macht emote dieses stickers von tweed aber er macht die wie irgendwas weiß nicht weiß wie das selbst geht oder ja aber du musst halt zeichnen also wissen wie man also gut zeichnen können und ich kann nicht so gut ich kann mal versuchen gut zu sein ich kann ihnen nicht 100% versprechen dass ich gut zeichnen kann es ist so soll ich sie so ein paar handy schicken oder wie meinst du es und nene das ist ein spezielles programm das man braucht als zum beispiel wenn ich sie zum beispiel was zeichnen will und ich will so ein sticker machen kann ich es sein halt so machen ich kann mal versuchen mir mir zu geben ja aber das geht nicht du brauchst das programm und das programm ist alles gut ich lasse es einfach machen weil das sind glaube ich 20 stück gesprochen 20 ich glaube 19 oder so brauche ich das sind diese piraten dinge das ist von season 8 die dinge die skins oder wie man die nennt die der schiff von season 8 ich habe so einen skin davon den habe ich noch auf meinem eventar diesen monster ninja mobos was dann hast du aufgehört mit fortnite keine frage keine ahnung ich habe ihn durchgespricht wollte jemand die waffe ich nehme die die ist besser wenn es geht denn aber testen 10 von 10 du musst sie behalten du musst behalten ich behalte ja auch ich mache ja auch im maus von diesem roboter also ich lasse sie machen von diesem den skin ist 10 von 10 und alles 10 von 10 wenn es ist dann ist die tausend von 10 sag ich mal bisschen besser streamer 10 von 10 ich habe eine idee aber ich weiß nicht ob ich es machen soll was denn also ich habe irgendwie lust irgendwas ich brauche ich brauche ich brauche ich brauche vorschläge von 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 wie war es denn weiß ich nicht wir gehen wenn du nicht weißt was wie man wie man ein gutes swimmer wird halt oder wie man tipps tipps oder so ich habe es dir ja gesagt wenn man einen guten streamer wird ja immer weiter du musst videos auf tiktok und auf auf insta und überall posten und das jeden tag das problem ist wenn man insta und wenn ich ich weiß nicht mein fasser von meinem insta das ist noch scheiße ja es reicht auch auf tiktok miktok aber wie du weißt habe ich auch kein ich muss halt ein neues machen anfangen du musst nicht immer ein neues machen du kannst passwort vergessen machen halt stimmt ist auch eine gute idee du brauchst nicht immer von allen 50 accounts hatte ein account reicht ein dann machen meine meine 10.10 und dein motor ist ne 11.10 also eins mehr ja das ist ganz grönt schon geil das gehen ist eine tausend von zehn stell dir vor irgendwann irgendwann machst du deine eigene autogrammkarte wenn irgendwann mehr zuschauer hast du das ist aber kein weg darf ich darf ich darf ich ihn essen habe ich ihn essen wieso hast du keinen weg das ist geil auf jeden fall warte kurz ich habe noch eins warte 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 guck mal guck mal was ich kann oh nein warte kurz ich kann deb in handstand deb guck mal was ich machen kann bei bei ist auch noch da schon wieder werbung 1 von 2 super deine dein outfit ist eine 10 von 10 ich muss mal gucken wegen werbung ich weiß nicht warte kurz ich will mal deine schuhe sehen luki ich will deine schuhe kurz sehen hatte blotten stehen okay cool eine 10 von 10 die kaputt die 1 von 10 hinter schaukelpunkte wenn du den albaner der immer dünner ist er ist immer dünner ja den dünner ich auch mit brötchen so der ei hasse ich sorry aber wie heißt die marke ich weiß mir sehen wie die marke heißt wir sind nicht nein ok 10 von 10 wie viel hat die schuhe kostet nein die schuhe haben gekostet 2000 vbox nein das kann nicht sein oh mein gott luki er hat er hat er hat ey luki wir müssen verschwinden der 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 ist ein dämon geworden luki was hast du gemacht ich dachte wir sind schon im endgame jungs wir haben noch gelabert da oben sind gehen auf liegt eine luki hat ihn fast gedrückt was ist denn hier los was ist denn hier los oh hier oben ist eine krone wo ey leute das ist ein gegner leute hallo hört die mich oder ich bin tot ich bin tot ich bin tot dann sind wir jetzt in die gefahr digger nein nein digger ich nur noch nur noch nur noch nur noch komm luki das schaffst du jetzt kann ich jetzt kann es machen ich bin tot ich bin tot ich bin tot ich bin tot komm zur lobby kurz du bist in der lobby nur lobby nur lobby nur lobby guck mal was ich mit deinem sticker gemacht habe hab sie richtig dünn gemacht so richtig angequetscht hast du das zickel gesehen? ja hab ich gesehen und? nee eh kein bock nee nee also so boosted eh nein nein du armer du hast es nicht verdient nein oh oh doch nein oh nein ja das war echt schade das war echt schade bruder ich weiß wen ich nehme der ist richtig geil hmm ich weiß den den nein den nein hässlich zu hässlich ja ja the rock ja bruder kann ich nehmen aber halt nicht so gut er ist eigentlich ein cooler charakter halt aber ich nicht ich habe mich nicht ähm boah rick hab ich nicht sorry ich brauche so einen schwitzer der richtig geiler schwitzer ist ich kann den nehmen der ist auch geil halt halt anders und ich nehme gold der variante weil es halt besser ist den ich nicht mit denen ich nicht mit denen nicht mal mal so ok hat die im w room hin ja du willst du meinen spinn 10 mo Okay, ich kann es sehen, warte kurz, ich kann es sehen, wie viel ich habe, ich habe insgesamt, willst du wirklich, willst du wirklich, nein, ich bin nicht falsch, ich will nicht sehen, wie viel Skins ich habe, hä, wo kann man sehen, ja, okay, was schätzt du, wie viel Skins ich insgesamt habe? Zwei. Nein. Drei. Nein. Vier. Nein. Nein. Ich habe, ich habe mehr als, ich habe mehr als hundert. Ja, aber es ist hundert, hundert und eins. Nein. Hundertzwei. Nein. Hundertrei. Nein. Hundertvier. Nein. Hundert. Hä, was meinst du, zwölf, ab, Digga, zwölf. Es ist, es ist neben elf und dreizehn. Ne, zwölf. Richtig, hundertzwei. Hast du was Spiels so geguckt? Hundertautundsechzig. Zeig mal, das will ich sehen. Das will ich sehen. Guck mal, ich habe nicht mal so viel. Oha, Digga. Sü-geil. Du hast fast OG Skins. Du bist ein OG-Skin. Ey, Digga, warum soll ich so, äh, Digga, ich spiele seit Season 5 und seit Season 8 habe ich mein erstes Mal Battle Pass bekommen. Mobus, glaubst du mir wirklich, dass ich hundertzwei Skins habe? Keine Ahnung. Wenn du es sehen willst, dann guck kurz in meinen Stream. Ich schwöre, ich habe hundert, wirklich hundertzwei, das sage ich dir. Ich, ich, glaub mir. Ich, ich lüge ja wirklich nicht. Ich kann sogar extra zielen. Wie viel ich habe. Er ist Neo-Werzer. Wer denn? Wer, wen meinst du denn? Du bist ja nicht mal live. Wie will ich in deinen Stream gucken? Auf, äh, nicht auf Twitch, sondern auf YouTube. Und Luki weiß man schon, wie ich heiße. Der Skin. Der Skin, ach so. Also, ich habe wirklich hundertzwei Skins, aber ich spiele nicht mehr mit denen. Also, ich, also ich habe öfters mit denen gespielt. Früher habe ich das richtig gesucht. Im Muslim Fall, ich habe mit jemandem versprochen, ein Geschenk zu geben. Aber ich habe es vergessen. Ist schon länger her. Ja, macht einfach bereit jetzt. Okay. Ich bin, ich bin gerade traurig. Spaß noch. Halt ein bisschen. Irgendwie ist halt ein bisschen. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Bisschen traurig. Ach so, es ist gerade ein Trio Cash Cop. Bude. Ich schau, wer das ist. Ja. Null Bound, Joke. Cash Cop. Hey, Luki. Luki, guck, ich zeig's dir. Ich zeig's dir, guck. Hier, guck. Nein, 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 warte, 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 warte. Kann man das hin, kann man das hin. Wo habe ich nochmal das 112 gesehen? Hier. Guck. Das ist nicht so markiert, das ist so weiß markiert. Das ist so weiß markiert. Hä, du bist drin? Hey, Bruder, ich bin noch nicht drin. Ich habe kein Ready gemacht. Mobus? Ich bin nicht drinnen, Leute. Ja, warum hast du dich nicht bereit gemacht? Ich habe dir zweimal gesagt, mach bereit. Ich habe mir noch gedrückt. Ich habe mich schon ge武. Ich habe einenと思 Ich habe ihn verloren. Oh, scheiße. Was besucht er? Immer noch nicht. Immer noch nicht. Aber ich habe echt keine Lust auf Besuch. Was denn? Was meinst du? Ich konnte diesen Skin gar nicht. Keine Ahnung. Ich denke, ich hoste dich. Auch wieder auf den Ding. Für meinen Twitch-Kanal. Dass du irgendwann mehr Zuschauer bekommst. Was? Den Skin gab es nur auf Playstation. Okay. Hä? Nein. Das gibt es nicht auf Playstation. Das gibt es bei jeder Plattform. Es gibt bei JEDER. Ja, aber es gibt so Skins, die man nur... Es gab ja auch einen Skin, den man nur über PC bekommen konnte. Muppis hat dich gehostet. Noice. Das mache ich jedes Mal. Wenn du on willst. Noice. Abhol irgendwas, wenn du spielst. Egal. Ich hause dich. Ich hause dich. Ein Prozent. 100 Prozent hause ich dich. Okay? Einverstanden? Und wir? Jo. Okay. Der Track ist abgeschlossen. Boah, Weihnachten habe ich echt Bock. Weihnachten ist echt, ja. Aber Sommerferien ist auch geil. Mein Geburtstag war eigentlich gar nichts. Wir haben eigentlich nur Kuchen. Pizza gegessen sind bei meinen anderen Onkel. Das war eigentlich das langweiligste Geburtstag forever. Mein 15. Geburtstag. Dann... Mobus hat mir voller Spamung diese... Was ist denn hier los? Oh, die sind da. Leute, ich komme gleich. Nur 10 Minuten. Ich brauche mindestens noch 10 bis 15 Minuten. Und dann bin ich halt da. Ich bin jetzt da. Und ich will nicht... Hallo sagen. Ich will... Ich muss... Ich muss Hallo sagen. Also, sorry. Und bei mir ist ein Gegner. Ja. Ja, ja, ich komme. Meine brauche nicht in der Titone. Ja, wie komme ich hier runter? Lucky, was ist denn hier los? Keine Muni. sterben 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 hier oben hier oben Vielen Dank. Ja, wusste ich nicht. Also wie gesagt, ich kann, aber ich kenne ja auch nicht alle Skins, ich habe keinen Plan. Und Skins, ich checke auch nicht, ob der Skin, den ich jetzt gerade habe. Oh jeez, weil er ja Violet ist. Also Lila. Weil davor war er nie Lila, jetzt ist er auf einmal Lila geworden. Also Lila. Leute, seid ihr noch da? Ne. Oh, schade. Es war nur zwei Minuten weg. Du sollst nach Hause gehen, nach Hause gehen. Oh, muss ich nach Hause gehen? Spaß. Ey, Luki legt ihr ins Zelt, Bruder. Der arme Brä. Der arme Brä. Der tut mir mein Beileid. Mobus. Du bekommst bei mir einen Check. Was? Oh Gott, hier kurz. Hier, komm. Hab den Check. Oha. Hallo? Mobus? Warum hast du den Check abgelehnt? Ich war nicht abgelehnt. Ich bin froh nicht. Ja, Lucky Luke. Einfach Lucky Luke. Ja, weil du ihm mal Lucky sagst. Der heißt Lucky. Äh, sorry. Ich hab ihn immer Lucky genannt, weil es mit U ist. Lucky geht's dir gut? Oder Lucky, mir egal. Du bist Serious und Lucky Luke. Lucky Luke, ja. Boah, deine Augen sind böse. Hallo? Bist du noch abwesen? Hallo Brä. Geht's dir gut? Du armer. Dein Internet ist kack. Ja. Ich weiß. Ich hab ihn nicht zu tun. Ich hab ihn nicht zu tun. Ich hab ihn nicht zu tun. Kann ich mir... Siege, ich hab ihn nicht mal angefahren. Ja, dann. Jetzt kannst du eigentlich deine Klappe halten, Bob. Oh, ich hab ein ganzes Tino-Bronen. Jungs, bitte. Ich hab ihn nicht zu tun. Juhu. Das ist ein goldenes Macher. Das ist ein goldenes Macher. Das ist ein goldenes Macher. warum sind die blickse alle aggressiv ich will mein armen bolt wieder wer hat mich gesnipet ich hab noch 17 hp hallo was ist denn hier los warum habt ihr mich gekickt gekickt was wirklich ich bin ich bin echt aggressiv war einfach keine muni es ist so schlecht um mich um zu fangen er muss neu starten wegen von internet was macht überhaupt davon nur in der Zuhörer im Sturm Murm Kommt mal zu ohne Murm Ja wir kommen jetzt Äh ja ich guck ihn an Ja tschau und komm Das war's für mich nicht abwesend Bolo 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 Ich bin gerade nicht abwesend Was hab ich immer wieder Wobei ich nicht Ich glaube der andere stirbt. Was kann ich dafür, wenn der mich die ganze Zeit rauskickt? Achso, Blero ist glaube ich auf Gefahr. Nein, nein, dann witz ich. Digga, meine Güte. Bei mir sind Gegner. Ich brauche erstmal, ich muss erstmal in der Zone kommen. Oha, oha, drei Gegner. Umfahren. Ich habe noch 25 HP, also noch. Nein, scharf es nicht. Oho. Neu. Flero, wie wäre es mit heilen? Hast du nichts zu heilen, oder wie? Ah, bleibt gelaufen, ne? Da ist ein Stick nur so nach vorne getrickt. Der ist auf klar. Ein Boot, ein Boot, ein Boot. Uh, ich bin tot. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich denke ja, die übertragen ja komplett. Ah! Oh, wohnt schon. Seht ihr mich? Seht ihr mich? Ne. Zwei. Zwei. Nein, nein, er sieht nicht. Doch, er sieht dich! Ahhh. Uh. Scheiße. technologen spiel ich glaube einer verbindet sich gleich wieder also ich glaube du bist aber gar nicht in den locken und klar ist noch im match so Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020